So Leute, vor genau 10 Tagen habe ich ein Video gemacht, wo ich euch gesagt habe, dass ich jetzt dringend handeln werde. Ich habe euch meinen Trade gezeigt, den ich gemacht habe, um Riesenprofite zu machen. Springen wir mal zur Gegenwart, dann ist dieser Trade schon schöne 55.000 Dollar Profit und heute werde ich da weiter anknüpfen. Ich werde euch nämlich den nächsten Trade zeigen, hier und jetzt live in diesem Video. Wenn ihr nämlich glaubt, dass das hier schon ein paar richtig schöne Gewinne gewesen sind, ja, dann muss ich euch sagen, dass ich glaube, dass der nächste Schritt, den ich hier nochmal live in diesem Video machen werde, dass der die Profite, die wir bis jetzt gemacht haben, absolut winzig erscheinen lassen werden. Natürlich, dieser Trade hier ist auch gerade mal eine Fortsetzung von einer Reise, die wir damals 2023 startet haben und jede einzelne Trade habe ich seitdem in diesem Trading-Dokument dokumentiert. Wenn ich Gewinne gemacht habe, konntet ihr das sehen. Wenn ich Verluste gemacht habe, konntet ihr das auch sehen. Aber was noch viel wichtiger ist, ihr konntet mich auf diesem Weg begleiten und ganz genau das Gleiche machen, was ich auch gemacht habe. Es war wirklich eine ganz schön lange Reise. Wir haben mit 4.000 Dollar gestartet. Das Ziel war die ganze Zeit eine Million Dollar zu erreichen und dreimal dürft ihr raten, wir sind momentan super nah dran, das Ziel zu erreichen. Und der nächste und allerwichtigste Schritt, das wird der sein, den ich jetzt gerade machen werde. Und das wird riesig sein. Das wird auch eine Riesensache für diejenigen sein, die aus der UK kommen oder die in den Vereinigten Staaten gerade leben oder in irgendeinem anderen Länder, die diese Exchanges nicht benutzen können. Ich habe eine Lösung für euch mitgebracht. Wir haben unfassbar viele wichtige Sachen zu besprechen. Deshalb bleibt auf jeden Fall vom Anfang bis zum Ende dran. Und damit willkommen zurück, meine Freunde. Mein Name ist David und ich bringe euch jeden Tag Krypto-Videos und zeige euch, wie man die Geld machen kann. Falls ihr neu auf dem Kanal seid, dann abonniert den Kanal und vor dem aktiviert auch die Glocke. Und dann lasst uns auch direkt mal loslegen. Bevor ich jetzt ein bisschen über die Bitcoin-Charts spreche und warum ich hier weiter extrem bullish bleibe und bevor ich über die nächste große Chance spreche, die ich hier heute und jetzt mit euch teilen werde, von der ich glaube, dass sie wirklich extrem profitabel sein wird, möchte ich nur noch einmal sagen, dass dieses Video, das ich heute aufnehme, eigentlich das zweite Video aus einer Serie von drei Videos sein wird. Und wenn ihr mal in die Videobeschreibung geht, dann seht ihr das erste Video, das ich vor zehn Tagen gepostet habe. Ich würde euch mal empfehlen, euch das anzuschauen. Das zweite Video ist das, was ihr gerade seht und das dritte, das wird dann bald noch rauskommen. Und diese drei Videos sind tatsächlich auch nur Teil von einer mega langen Trading-Reise, die ich hier von Anfang an für euch dokumentiert habe. Und wenn ihr einfach mal auf dieses Dokument draufklickt, Moment, hier, da findet ihr das, da könnt ihr draufklicken, da kommt ihr dann hier hin und da ganz unten habt ihr verschiedene Reiter, wo ihr draufklicken könnt. Hier seht ihr die Geschichte, die History. Da zeige ich euch, wann ich genau anfange. Tatsächlich war das November 2022, ist also mittlerweile schon zwei Jahre her. Absolut fantastisch. Man kann hier alle verschiedenen Videos in verschiedenen Sprachen sehen. Okay, und jetzt lasst mich mal darüber sprechen, was ich für Bitcoin erwarte, bevor ich über den nächsten großen Sprit spreche, den ich hier in Bezug auf das Erreichen von eine Million Dollar als unser Ziel machen werde. Zunächst einmal sieht Bitcoin momentan extrem gut aus. Und übrigens, das Video, das ich vor zehn Tagen gemacht habe, da habe ich über super viele verschiedene Grüne gesprochen. Achso, und wenn ihr das nicht gesehen habt, schaut euch das unbedingt an. Das müsst ihr euch unbedingt anschauen. Das erste Video, das hier, wo ich ganz genau zeige, wie mein Plan aussieht, wie ich Millionen mache. Da habe ich euch nämlich gezeigt, warum ich gedacht habe, dass die Zeit gekommen ist, dass wir eine große Bewegung nach oben sehen. Und generell habe ich die ganze Zeit über gesagt, dass wir gegen Ende des Sommers sehen werden, das Bitcoin von einer Seitwärtskonsolidierung. Ich habe gedacht, dass wir von März bis Ende des Sommers seitwärts gehen würden. Das haben wir auch gemacht. Dann habe ich allerdings gedacht, dass wir gegen Ende des Sommers eine große Bewegung nach oben sehen würden. Hat ein bisschen länger gedauert. Jetzt sehen wir das endlich. Aber das ist ja Vergangenheit. Lasst uns darüber sprechen, was ich für die Zukunft erwarte. Wir haben die große Bewegung gehabt. Die Strategie, die wir benutzt haben, hat wahnsinnige Gewinne gemacht. Aber ich denke, jetzt ist es soweit. Alles in diesem Chart schreit geradezu danach, dass wir bereit sind für die nächste große Bewegung. Okay, das hier. Ihr wisst ja, dass ich gesagt habe, wenn wir die 72.000 durchbrechen, dass wir dann ziemlich schnell die 83.000 Dollar erreichen würden. Und da glaube ich auch immer noch dran. Ich glaube also, dass wir, ist eine Frage der Zeit, bis wir die 83.000 Dollar erreichen werden. Das sieht großartig aus. Außerdem wisst ihr, im Allgemeinen, wenn wir uns über die Struktur der Märkte unterhalten haben, wo wir typischerweise diese parabolischen Phasen nach oben haben, innerhalb dieser Kanäle, dann ein Pullback, parabolische Phasen nach oben, Pullback. Und auf dem 4-Stunden-Chart sieht man das, glaube ich, noch etwas besser. Seht ihr hier, parabolisch Pullback, parabolisch an dieser Stelle, zack, wieder Pullback. Und jetzt glaube ich, dass wir tatsächlich wieder etwas wie das hier sehen. Eine weitere parabolische Phase nach oben. Ich denke, es wird ziemlich schnell gehen, dass wir eben diese 83.000 Dollar erreichen werden, was absolut fantastisch ist. Das ist allerdings nicht alles. Die traditionellen Märkte, allzeit hoch. Wir haben die Bitcoin-Dominanz. Und das führt dazu, warum ich momentan diese richtig große Bewegung oder diese Entscheidung treffen werde, weil die Bitcoin-Dominanz in diesem Moment an einem ganz wichtigen Widerstand ist. Ganz wichtiges Widerstandslevel bei 60%. Ich glaube, um ehrlich zu sein, nicht, dass wir hier nach oben durchbrechen werden. Ich denke, dass jetzt der Zeitpunkt gekommen sein könnte, an dem Altcoins anfangen werden, wieder richtig schön ins Rampenlicht zu gehen. Wir haben einen bullischen Präsidenten für Krypto, für Bitcoin, aber auch vor allem für Altcoins. Wir werden eine komplett andere regulatorische Landschaft für Bitcoin und Krypto sehen. Wir sprechen über die nächsten paar Jahre. Dass Donald Trump gewählt wurde, ist extrem bullisch für den Markt. Das bringt mir Optimismus. Wir befinden uns außerdem am Anfang eines Liquiditätszyklus. Was bedeutet, die Zinssätze sinken. Die FED wird zu einem gewissen Zeitpunkt anfangen, wieder die Wirtschaft zu stimulieren. Wir sehen das schon in China. Wir sehen das überall auf der Welt. Und wir werden das auch in den Vereinigten Staaten sehen. Wir befinden uns also am Anfang von dem, was ich denke, was ein extrem, extrem gutes Jahr sein wird. Vielleicht ein Jahr, vielleicht anderthalb Jahre. Ich schätze, irgendwann im Jahr 2025, vor allem bei Altcoins, sollte man immer wieder mal Profite nehmen. Aber ich schätze, dass wir für Bitcoin, ja, irgendwann 2025 einen Top sehen könnten. Ich schätze wirklich, auch wenn es schwer ist zu bestimmen, irgendwann 2025 sehen wir einen Top. Jetzt lasst uns allerdings noch etwas über die Tradingstrategien sprechen, bevor ich über den nächsten großen Schritt spreche, den ich machen werde. Also, wir haben bis jetzt 54.000 Dollar verdient. Für jeden, der mit mir zusammen vor 11 Tagen oder 10 Tagen eingestiegen ist, herzlichen Glückwunsch an euch. Aber wie ich bereits im Intro gesagt habe, die Trades, die wir heute nehmen werden, die werden die Gewinne, die wir gemacht haben, absolut in den Schatten stellen. Warum? Weil ich habe ja euch gerade noch gesagt, dass Altcoins, die sehen danach aus, als hätten sie bald eine richtig gute Zeit. Welche Altcoins werden sich meiner Meinung nach gut entwickeln? Naja, ich habe hierüber gestern auf meinem Twitter gesprochen. Ich habe gesagt, Ethereum möchte aus einer mehrmonatigen Konsolidierung nach oben durchbrechen. Das hier, das ist der Ethereum-Preis. Und Ethereum macht sich momentan richtig gut. Man kann sehen, dass wir tatsächlich sogar nach oben durchgebrochen sind. Es ist ein bullisches Zeichen, dass wir durch eine mehrmonatige Konsolidierung durchgebrochen sind. Ethereum sieht gar nicht mal so schlecht aus. Tatsächlich, wenn man sich Ethereum zu Bitcoin anschaut, befinden wir, okay, wir sehen gerade einen Bounce, aber wir befinden uns momentan in einem sehr niedrigen Bereich. Man kann also davon sprechen, dass wir auf einem Zyklus tief sind, was den Bitcoin-Preis im Vergleich zu Ethereum angeht. Was bedeutet, dass der Ethereum-Preis sich schlechter entwickelt hat als Bitcoin. Bitcoin hat Ethereum outperformed. Ethereum ist also allgemein unterbewertet. Wir haben bei Bitcoin Allzeithoch gesehen, bei Ethereum sind wir allerdings noch ziemlich weit davon entfernt, dass wir bis zu unserem Allzeithoch steigen können. Das wären für Ethereum weitere 68, fast 70 Prozent. Wir können also bequem und locker nochmal 70 Prozent nach oben gesteigen und dann erst unser altes Allzeithoch erreichen. Und ich denke, dass Bitcoin weiter nach oben gehen wird. Für mich sieht Ethereum also in diesem Moment gar nicht mal so schlecht aus. Und ich muss auch über Solana sprechen, weil das Problem bei Solana ist, dass Allzeithoch bei Solana liegt bei 260 Dollar, was eigentlich gar nicht mal so weit entfernt ist. Und auch Solana sieht einen richtig, richtig schön bei uns nach oben. Aber von all den ganzen Coins, wenn wir uns mal den gesamten Kryptomarkt anschauen, welche Altcoins, weil das ist der springende Punkt bei diesen Trading-Strategien, Bei welchen Altcoins glaubt ihr, dass wir in ein Jahr, zwei Jahren, drei Jahren, welche Coins glaubt ihr, dass die immer noch da sein werden und neue Allzeithoch erreichen? Ich denke, Ethereum wird auf jeden Fall ein neues Allzeithoch machen. Ich denke, Solana wird ein neues Allzeithoch machen. Und auch das hier sind einige der stärkeren Altcoins am Markt. Tatsächlich kann man sehen, Solana hat gerade erst BNB geflippt und ist mittlerweile auf dem vierten Platz. Also von den ganzen Coins, nehmt mal Tether raus, das ist ein Stablecoin. Bitcoin, Ethereum, Solana, das sind die drei stärksten Coins und ich denke, dass alle diese Coins weiter nach oben gehen werden. Das führt mich jetzt zu meiner Trading-Strategie, denn die hat sich mega gut entwickelt. Aber wir wissen natürlich auch, dass Bitcoin ziemlich Volatil gewesen ist. Wir wissen, dass diese Trading-Strategien, wenn ihr die von Anfang an verfolgt habt, dann wisst ihr, dass genau diese Trading-Strategien von der Volatilität profitieren. Jetzt für Bitcoin die Volatilität, die wir in der letzten Zeit gesehen haben, wenn wir mal auf den 15-Minuten-Chart gehen oder auch mal auf den 15-Minuten-Chart bei Ethereum und auch beim 15-Minuten-Chart auf Solana. Wir haben jetzt also, Moment, so, alle diese Charts haben wir jetzt auf dem 15-Minuten-Chart, sorry. Und wenn wir uns das Ganze jetzt mal anschauen, können wir sehen, Ethereum, dann haben wir Solana und wir haben hier, Moment, das ist die Bitcoin-Dominance, aber das hier, das ist der Bitcoin-Chart. Alle diese Charts also auf dem 15-Minuten-Timeframe. Jetzt schaut euch mal die Volatilität an. Auf dem 15-Minuten-Chart gehen wir ungefähr 1% nach oben, dann ungefähr 1% nach unten. Hier haben wir noch einmal 0,77%, dann hier gehen wir wieder nach unten. Also ungefähr bewegen wir uns zwischen 1 und 0% nach oben und unten. Bei Solana, schaut mal, das sind 3%, zack, 3%, wieder 2% und dann gehen wir wieder 1% nach unten. Auch bei Ethereum, schaut mal, zack, wir gehen 3% nach oben, wir gehen 2% nach unten, dann gehen wir wieder 1% nach oben. Die Volatilität bei diesen Altcoins ist also viel, viel größer, als wir das bei Bitcoin sehen. Das kann natürlich auch eine gefährliche Sache sein. Wenn man sein Risiko nicht managt, bedeutet das, wenn wir nach unten gehen, dann wird man natürlich einen viel größeren, nicht realisierten Verlust erleiden. Das ist etwas, was wir unbedingt im Hinterkopf behalten müssen. Mit diesen Trading-Strategien, wie die nämlich funktionieren, solange wir zu irgendeinem bestimmten Zeitpunkt irgendwann mal einen höheren Preis haben, als wo wir eingestiegen sind. Sagen wir mal, ihr steigt jetzt bei, Moment, Bitcoin ist ja momentan bei 76.000 Dollar. Solange ihr der Meinung seid, dass Bitcoin irgendwann mal höher sein wird als 76.000 Dollar, dann werdet ihr immer einen richtig schönen Profit machen können. Glaub ich, dass Solana, selbst wenn ich jetzt einsteigen würde, ich weiß, Solana ist krass gestiegen, ich weiß, Ethereum ist krass gestiegen. Aber die Frage ist, glaube ich, dass Solana irgendwann mal einen höheren Preis als jetzt sehen wird, dass Ethereum irgendwann mal einen höheren Preis als jetzt sehen wird. Und die Antwort ist für mich ein klares Ja. Bin ich 100% so sicher wie bei Bitcoin? Nein. Deswegen ist Bitcoin auch einfach das sicherste Asset. Weil für Bitcoin, für mich ist das wirklich zu 99,9% sicher, dass Bitcoin irgendwann mal einen höheren Preis haben wird. Deshalb habe ich auch überhaupt keine Probleme mit diesen Trading Strategien. Tatsächlich bei OKEX wisst ihr, einige von diesen Strategien haben wir mehrere Monate gehalten. Die waren teilweise minus 50.000 Dollar im Verlust. Komm, wir gehen mal zu den Details bei diesen Bots. Lasst mich mal kurz schauen, ob ich das hier geladen bekomme. Also, wie man sehen kann, haben wir das März 2000, ja März diesen Jahres gestartet. Dann sind wir nach oben und unten gegangen und wirklich super lange sind wir in einem Verlust gewesen. Und jetzt zu guter Letzt sehen wir explosive Profite, weil ich wusste die ganze Zeit, dass Bitcoin zu irgendeinem Zeitpunkt einen höheren Preis erreichen wird. Und solange wir einen höheren Preis erreichen, von dem Zeitpunkt aus gesehen, wo ich eingestiegen bin, ja, dann werde ich einen Profit haben. Und ich glaube, wir sind bei 72.000 oder so eingestiegen. Das bedeutet, der gesamte Sinn dieser Trading Strategie ist, dass die mit dieser Volatilität arbeiten. Wir definieren eine Range, sagen wir mal zwischen 72.000 bis 83.000 Dollar und die nutzen dann die Volatilität aus. Deshalb sind diese Trading Strategien auch unfassbar profitabel gewesen, weil selbst wenn Bitcoin nach oben geht, dann nutze ich diese Volatilität. Und deshalb ist es halt einfach so schön zu sehen, dass ich persönlich in eine neue Trading Strategie einsteigen werde für Solana und auch für Ethereum. Und ihr könnt mitmachen, wenn ihr da Bock drauf habt. Jetzt lasst uns allerdings erst einmal dieses Trading Strategie Dokument aktualisieren. Also, der Bot auf OKEx, der hier, der läuft momentan und ist 21.000 Dollar im Profit. Das ist auf jeden Fall eine schöne Sache. BitCat, lass mich mal kurz gucken. Da sind wir auch 23.400 im Profit. Der zweite Bot auf OKEx, der ist, Moment, 39.000 Dollar im Profit. Und der zweite auf BitCat, Sekunde, der ist 3.500 Dollar im Profit. Also, wir haben dann noch den auf Pionex, genau, das sind 53.000 Pi mal Daumen. Alles in allem, wenn wir das zusammenrechnen, sind wir bei 839.000 Dollar im Profit. Wir brauchen gerade mal nur noch 150.000 Dollar, ungefähr. Dann haben wir tatsächlich das Ziel von 1.000.000 Dollar erreicht. Das wird ein riesen Meilenstein für alle sein. Für mich und für alle, die mir gefolgt sind und diese ganze Gelegenheit genutzt haben. Was ich jetzt machen werde, ist, ich werde das gleich für Ethereum und Solana auf Pionex machen. Ich habe das Ganze noch nicht gemacht. Das bedeutet, wenn ihr Bock habt, könnt ihr wirklich von Null an mitmachen. Jetzt, wo wir damit starten. Genauso, wie wir damals mit Bitcoin gestartet haben. Mit all diesen Trading Strategien vorher. Und dann später in diesem Video werde ich euch auch noch zeigen, wie ihr das Ganze machen könnt, falls ihr hier gerade in den USA lebt. Und ich werde euch sogar noch eine zweite Möglichkeit zeigen, abgesehen von den Trading Strategien. Und drittens werde ich euch noch ein paar Fragen beantworten. Es wird also ein super wichtiges Video sein. Wird wahrscheinlich ein bisschen länger. Und abhängig davon, wann ihr das anschaut, wird der Preis etwas unterschiedlich sein. Aber natürlich, insgesamt ist es immer noch das Gleiche. Jetzt haben wir also darüber gesprochen, warum ich diese Trading Strategien für Ethereum und Solana machen werde. Warum ich Bullish bin. Und jetzt schaut mal. Die Influss in die ETFs waren gestern absolut riesig. Gestern haben wir einfach 1,4 Milliarden Dollar gehabt. Wenn euch das nicht Bullish macht. Wenn euch das nicht davon überzeugt, dass es nicht genug Bitcoin für alle gibt. Leute, dann weiß ich nicht, was es das machen wird. Und das Ding ist, zum ersten Mal sehen wir richtig große Influss in den Ethereum ETF. Wir haben 52 Millionen Dollar gehabt. Am 6. und am 7. haben wir 80 Millionen Dollar gehabt. Also, was die Leute jetzt machen, die großen Institutionen, die schauen sich Bitcoin an, die schauen sich Ethereum an. Und die sagen, hey, Moment, Ethereum ist ja gerade mal ein Viertel oder vielleicht ein Fünftel der Marktkapitalisierung von Bitcoin. Ethereum ist noch nicht bei seinem alten Allzeithoch angekommen. Ethereum sieht gut aus. Also fließt momentan viel mehr Geld in Ethereum. Ich denke, das ist ein Trend, der sich auch weiter fortsetzen wird, dass wir sehen, dass Ethereum weiter nach oben trennen wird. Deshalb bin ich auch wirklich nicht allzu besorgt. Selbst wenn ich jetzt einsteige bei einem relativ hohen Preis, weil wir gerade einen Pump gehabt haben. Ich wollte unbedingt dieses Video heute machen. Ich wollte es eigentlich Sonntag machen, aber ganz ehrlich, ich wollte nicht warten, weil selbst wenn wir gerade auf einem Höchststand sind, glaube ich, dass der Preis in ein paar Tagen schon viel höher sein könnte. Könnte es auch sein, dass ich jetzt zu einem hohen Preis einsteige? Ja, könnte es sein, dass wenn ich in diese Trending-Strategien einsteige, dass wir einen großen Drop für Ethereum sehen, weil wir natürlich gerade groß gepumpt sind. Auch das, ja. Aber wenn ich erwarte, sagen wir, dass Ethereum oder lassen uns Solana machen. Sagen wir mal, ich erwarte, dass Solana höhere Preise sehen wird. Und ich erwarte, dass Solana sowas machen wird. Es wird natürlich immer Pullbacks geben, aber ich erwarte, dass Solana ungefähr so nach oben geht. Würde ich am liebsten hier einsteigen und dann, ja klar, könnte es ein Pullback geben und dann sehen wir einen Bounce. Oder würde ich lieber warten mit dem Risiko, dass wir einfach nach oben gehen und dann muss ich irgendwann hier oben einsteigen, was ja auch nicht viel besser ist. Ich würde lieber jetzt einsteigen mit dem Wissen, dass es ein Pullback geben kann, mit dem Wissen, dass ich das Ganze handeln kann mit der Marge und dem Hebel und dass wir dann höhere Preise sehen werden. Und früher oder später, das ist zumindest meine Meinung, ist natürlich absolut keine Finanzberatung, wie immer. Aber deshalb mache ich mir halt keine Sorge, jetzt bei diesen Preisen einzusteigen, obwohl es gerade schon einen großen Pump für Ethereum und das Solana gegeben hat. Weil ich denke, selbst wenn es zu einem großen Pullback kommt, ja, die Profite oder die Trainingstrategien, die werden in einem nicht realisierten Verlust sein. Das ist das Wichtige, unrealisiert. Aber früher oder später werden wir wieder Profite haben, selbst wenn es etwas länger dauern kann. Ich kann immer, selbst wenn wir signifikant nach unten gehen, kann ich sogar noch mehr hinzufügen. Ich kann meinen Preis, meinen Durchschnitt auf den Weg nach unten, weiter nach unten setzen und dann auf den Weg nach oben machen wir noch mehr Gewinne. Das dürft ihr nämlich nicht vergessen. Die Profite, die wir hier benutzen, das sind sowieso schon Profite. Das sind die Profite, die wir von 4.000 Dollar bis zu 1 Million Dollar auf dieser ganzen Reise gemacht haben. Wir nehmen einfach nur einige dieser Profite und packen die dann in diese Trainingstrategien rein. Jetzt werde ich das also mal machen. Ich werde die auf Pionex machen und ihr könnt, wie gesagt, von Null mitmachen, wenn ihr da Bock drauf habt. Also, zack, ihr könnt sehen, ich habe diese Trainingstrategien aufgemacht und wie ihr sehen könnt, sind wir ja mittlerweile schon in einem Verlust. Das ist fantastisch. Man kann sehen, der Dump passiert gerade in diesem Moment. Ja, war mal wieder ein richtig, richtig gutes Timing. Nein, nein, war es nicht. Aber das Ding ist ja, das habe ich ja erwartet. Und außerdem, Leute, eine ganz wichtige Sache. Wenn ihr diese Trainingstrategien benutzen möchtet, wenn ihr wirklich Angst bekommt, wenn ihr den eröffnet und das geht nach unten, dürft ihr nicht vergessen, das ist der Sinn und Zweck dieser Trainingstrategien. So funktionieren die. Auf dem Weg nach unten akkumulieren die und auf dem Weg nach oben nehmen die Profite. Leute, die nutzen diese Volatilität aus. Deshalb, wenn ihr die als erstes Mal öffnet, dann werdet ihr wahrscheinlich das genauso sehen. Falls ihr also Schiss bekommt, wenn ihr das seht, dann ist diese Trainingstrategie nichts für euch. Dann lasst es am besten. Aber ansonsten werde ich alles dokumentieren. Falls wir Geld verlieren, werden wir das sehen. Falls wir Gewinne machen, werdet ihr das auch sehen. Aber ganz ehrlich, Leute, ich bin so gehypt auf diese Trainingstrategien, weil ich denke, dass wir in der Zukunft so unfassbar viel Gewinne machen werden. Wir müssen einfach nur ein bisschen abwarten. Wir brauchen Geduld. Und natürlich, wenn ihr diese Trainingstrategien selber benutzen möchtet, dann könnt ihr das ganz einfach machen. Und ich zeige euch natürlich auch, wie das Ganze funktioniert. Als erstes geht ihr in die Videobeschreibung. Dann meldet ihr euch bei Pionex mit meinem Link an. Dann könnt ihr euch natürlich auch die Boni sichern. Ihr könnt euch nämlich ein paar richtig schöne Boni holen. Was für Boni? Naja, auf Pionex haben wir in diesem Moment bis zu 300 Dollar als Tradingboni, wenn ihr 10.000 Dollar einzahlt. Alle sieben Tage, jeden Freitag werden die ausgezahlt. Das bedeutet, ihr könnt die euch auf jeden Fall sichern. Zahlt einfach Geld ein und dann nach sieben Tagen, je nachdem, wie viel ihr eingezahlt habt, Netto-Deposits, werdet ihr diesen Bonus bekommen. Aber währenddessen könnt ihr natürlich auch die Funds zum Traden benutzen. Das Dritte ist, wenn ihr die Bitcoin-Bots benutzen wollt, klickt ihr auf diesen Link. Bei Ethereum auf diesen Link und bei Solana klickt ihr auf diesen Link. Die Links findet ihr auch unten in der Videobeschreibung. Klickt einfach auf den Bot drauf, den ihr benutzen möchtet. Dann klickt ihr auf Copy the Bots und hier an dieser Stelle könnt ihr dann eintragen, mit wie viel Geld ihr traden möchtet. Und das ist ganz, ganz wichtig. Wie ich auch in meinem letzten Video gesagt habe, falls ihr das nicht gesehen habt, ihr gebt ein, wie viel Investment ihr haben möchtet. Und das ganz Wichtige ist, dass ihr extra Marge hinzufügt, vor allem wenn ihr Ethereum oder Solana benutzt, weil da kann es immer zu einem Flash-Crash nach unten kommen. Ganz, ganz wichtig, dass euer Liquidierungspreis in einem komfortablen Bereich liegt. Was mich angeht, wenn ich diesen jetzt für Bitcoin aufmachen würde, wäre das Liquidierungslevel bei 62.000 Dollar. Jetzt müsst ihr mehr Marge hinzufügen. Vor allem nochmal, ich kann es nicht oft genug sagen, wenn ihr Solana oder den Ethereum-Bot benutzt. Das ist extrem wichtig, weil ihr benutzt hier Hebel. Das bedeutet, ja, es ist ein 10er Hebel. Das bedeutet, die Gewinne werden sich verzehnfachen, aber auch die Verluste werden sich verzehnfachen, wenn ihr Verluste macht. Fügt also mehr Marge hinzu, sagen wir mal 200 Dollar. Und dann könnt ihr noch mehr hinzufügen, dafür, dass halt eben euer Liquidierungspreis in einer komfortablen Zone liegt. Nochmal, bei Altcoins müsst ihr in der Lage dazu sein, einen 30, locker sogar mal 40% Verlust hinzunehmen. Müsst ihr euch unbedingt bewusst machen. Insgesamt ist Pionex wirklich eine absolut fantastische Plattform und das ist die Plattform, die wir verwenden werden, um wahnsinnige Gewinne zu machen. Und im Großen und Ganzen war es das dann auch schon. Ich werde hier alles in das Dokument einfügen und sobald wir bei den alten Bots, bei OKEx zum Beispiel, wenn wir das Ziel von 83.000 Dollar für Bitcoin erreichen werden, dann werden wir alle Bots auf OKEx schließen. Wir nehmen den Profit. Wir werden auch alle Bots auf BitGeld schließen. Wir nehmen den Profit und dann nehmen wir dieses Ganze, dann beenden wir dieses Kapitel. Das ist ein emotionaler Tag für mich, wenn wir dann diesen Punkt erreicht haben, weil es war eine lange Reise Richtung 1 Million Dollar. Das dritte Video werde ich wahrscheinlich machen, bevor wir die 1 Million Dollar erreichen. Aber es könnte auch tatsächlich sein, dass ich es machen werde, wenn wir die 1 Million Dollar erreichen. Ja, dieses Video, es kommt etwas darauf an, wie schnell wir eben diese 1 Million Dollar erreichen. Es gibt nämlich einige spezifische Dinge, die ich in diesem Video enthüllen möchte. Noch mehr Funktionen, die kommen werden. Noch mehr Möglichkeiten. Aber es kommt darauf an. Eventuell geht Bitcoin ja schon ziemlich bald auf eine richtig heftige Ready und wir kommen im Nullkommanix auf 1 Million Dollar, vielleicht in den nächsten paar Tagen. Wer weiß, aber so sieht zumindest die Strategie aus. Und warum schließe ich das jetzt auf OKEx? Naja, weil Pionex einfach viel besser ist für diese Trading Strategien. Und auch, weil BitGeld immer mehr und mehr Länder einschränkt. BitGeld und OKEx und das nächste Land, das sie einschränken, das wird tatsächlich die Vereinigten Arabischen Emirate sein. Ja, wo ich momentan lebe und die verbieten mir dann diese Nutzung der Plattform am, ich glaube am 17. November. Das bedeutet, ja selbst ich kann die nicht mehr benutzen und ja ist ein bisschen schlecht, aber was will man machen? Warum, okay sagen wir mal, warum machen wir jetzt auf BitGeld nicht weiter? Weil ehrlich Leute, BitGeld ist eine fantastische Plattform. Ihr habt wahnsinnige Gewinne mit BitGeld gemacht. Das Ding ist halt einfach nur, ich muss immer weitere Konten eröffnen. Das ist mein erster Account mit 1500 Leuten. Dann der zweite Account, auch 1500 Leute. Und der dritte Account. Und bei jedem dieser Konten muss ich die gleichen Bots immer wieder erstellen, damit ihr mir folgen könnt. Und das ist einfach nicht machbar, weil, okay, ich denke am Ende des Bullenmarkts werden wir vielleicht 20.000 oder 30.000 Leute haben, die mir folgen. Und ehrlich Leute, ich werde nicht 20 verschiedene Accounts auf BitGeld haben. Und außerdem die Trading Strategien auf Pionex, die sind halt einfach besser. Wie ich euch vorhin schon erklärt habe, das ist einfach die beste Plattform für Bots. Und eine andere Sache, die etwas ärgerlich mit BitGeld ist, ist, wenn man diese Subscriber Profits hat. Wenn irgendeiner auf Copy My Bot klickt und dann aus irgendeinem Grund ändern die irgendwelche Parameter. Vielleicht gehen die Short anstatt auf Long. Dann bedeutet das, dass aus irgendeinem Grund diese Profit und Loss sich hiermit einfügt. Das bedeutet, deshalb sehen wir manchmal hier zum Beispiel, obwohl die Bots selber unfassbar große Profite gemacht haben, weil irgendwelche Leute irgendwelche Parameter geändert haben und ihr ganzes Geld verloren haben, sieht es danach aus, als würden meine Subscriber einen Verlust machen, was absolut nicht der Fall ist. Und warum weiß ich das? Einfach, weil Bitcoin auf einem Allzeithoch ist und die Bots bei einem vielen integrieren Preis gemacht wurden. Und ich habe euch ja vorhin schon erklärt, solange der Preis irgendwann höher ist, müsste jeder, der mitgemacht hat, in einem Profit sein. Deshalb sehen wir auch hier schöner Profit, aber da sehen wir halt eben Minus, weil irgendwelche Leute etwas geändert haben, den Bot geschlossen haben. Und da sieht man jetzt hier, was ich ja nicht so gut finde. Das ist allerdings nicht das Fundamentale. Das Wichtigste ist halt einfach, dass ich nicht immer mehr und immer mehr Accounts machen kann. Deshalb, eigentlich ist das Bitgeld schon ein richtig cooler Exchange, aber wir machen das Ganze jetzt auf jeden Fall auf Pionex und da erheben wir es aufs nächste Level. Außerdem, was ich auch noch sagen möchte, ist, dass Pionex selbst für ganz normales Leverage Trading eine richtig schöne Plattform ist. Falls ihr die Bots nicht benutzt, könnt ihr auch ganz normal mit einem Hebel traden. Also, das ist auch eine richtig coole Sache. Klickt einfach auf Futures Trading, dann könnt ihr ganz einfach, wie auf jeder anderen Exchange, auch ganz normal mit einem ganz normalen Hebel traden. Also, wirklich, könnt ihr mal ausprobieren. Achso, und eine andere Sache, die ich euch noch zeigen wollte, ist, ich würde euch einfach mal vorschlagen, wenn ihr neu beim Traden seid, könnt ihr euch ein paar Tutorials auf meinem Kanal anschauen. Aber, wenn ihr auf Pionex und Futures Trading geht, dann könnt ihr auf Perpetuals klicken und dann auf Demo. Dann könnt ihr tatsächlich Demo-Funds benutzen, um das Ganze einfach mal auszuprobieren. Dann werdet ihr kein Geld verlieren. Ihr könnt einfach ein bisschen ausprobieren. Das ist PUSD, Pionex-USD, das sind einfach Demo-Funds. Leute, probiert es aus, macht ein paar Longs, macht ein paar Shorts. Ja, testet einfach die Funktionalität, damit ihr sehen werdet, wie das Ganze funktioniert. Verschiedene Risikolevel. Aber leider kann man diese PUSD nicht mit den Bots benutzen. Das bedeutet, das geht nur mit manuellen Traden. Aber, hey, warum nicht? Einfach mal auszuprobieren. Kann man natürlich nichts falsch machen. Gerade beim Lernen, wenn man lernen möchte, wie man traden möchte und etwas komfortabler mit diesem ganzen Prozess werden möchte, ist das eine schöne Sache. Außerdem kommen wir noch einmal zu einer weiteren Sache. Eine richtig große Chance, die wir machen werden. Abgesehen von den Trading-Strategien, die natürlich einfach nur ein Knopfdruck sein wird. Da müssen wir ja nicht viel machen. Die werden allerdings sehr, sehr wichtig sein auf dem Weg zu unserem Geld. Wir werden weitere individuelle Trades machen. Habe ich in den letzten paar Jahren öfter mal gemacht. Habe ich euch auch immer gezeigt. Und auch das werden wir weitermachen. Weil wir kommen momentan in ein Marktumfeld, wo wir eben nicht einfach nur seitwärts laufen werden. Sondern es wird riesen Chancen geben, um Trades zu machen. Und all das wird wieder in diesem Trading-Dokument dokumentiert werden. Ihr könnt jeden einzelnen Trade sehen und mitmachen. Deshalb habe ich gesagt, das manuelle Traden ist auch auf Pionex gut. Im Übrigen könnt ihr immer, immer nach unten gehen und euch in meiner Videobeschreibung die absolut besten Trading-Boni holen. Ich meine, je nachdem, wann ihr das schaut, kann es sein, dass einige Exchanges sich geändert haben. Auch manche Bonis sich geändert haben. Aber ich werde es updaten und ihr kriegt mit Sicherheit die besten Trading-Boni. Aber jetzt will ich euch noch eine andere Mega-Gelegenheit zeigen. Weil ich habe euch ja schon gesagt, dass viele dieser Plattformen zum Beispiel die USA einschränken, die UK, viele Länder in Europa. OKEx ist eigentlich fast überall mittlerweile. Und Bybit hat auch viele Länder eingeschränkt. Aber Tapbit, diese Exchange ist tatsächlich fast überall in Europa verfügbar, in den USA und in den UK. Das ist also auch eine Plattform, die wir in der Zukunft benutzen werden. Und nochmal, wenn ihr diese Trading-Strategien auf Tapbit benutzen möchtet, dann könnt ihr das auch machen. Ich muss zugeben, ist nicht super gut für die Trading-Strategien, nicht so gut wie für Pionex. Ganz ehrlich, bin ich auch offen und ehrlich drüber. Aber wie macht man es, falls ihr es trotzdem machen möchtet? Ihr klickt auf diesen Link, dann registriert ihr einen Account und dann habt ihr hier sogar noch einmal die Möglichkeit, bis zu 150.000, äh sorry, habt ihr die Möglichkeit, 150.000 Dollar in Boni zu teilen. So, wie kann man das machen? Naja, ihr könnt 5, Moment, ihr könnt 50 USDT bekommen, wenn ihr 101 zahlt. Ihr kriegt 100 Dollar, wenn ihr 501 zahlt. 150, wenn ihr mehr als 1.000 Dollar einzahlt. Also super einfach, das hier, das sind die ganzen Bedingungen, wie man sehen kann. Die ersten 1.000 Dollar bekommen das. Also um das zu bekommen, stellt sicher, dass ihr euch so schnell wie möglich anmeldet. Aber sobald ihr euch angemeldet habt, könnt ihr das hier auf der Startseite sehen. Ihr klickt auf Join und dann könnt ihr eben diese Boni holen und mit den Traden anfangen. Jetzt lasst uns mal weitermachen. Wie kann man also diese Trading-Strategien auf Tabit benutzen? Achso, eine Sache, die ich noch sagen möchte, ist, dass ihr nicht manuelles Traden und Bots gleichzeitig benutzen könnt. Einfach aufgrund der Architektur, die die benutzen. Aber wenn ihr die Bots benutzen möchtet, klickt ihr auf Grid-Trading. Dann klickt ihr hier auf Manuell beim Bitcoin-UCT. Hier wählt ihr die Hebelwirkung aus. Es wird immer Cross-Off diese Plattform sein, also 10x. Ihr nehmt den oberen Preis, unteren Preis für Bitcoin. Mein aktueller Bot wäre zum Beispiel 83.000 Dollar und 57.000 Dollar auf der unteren Seite. Hier gebt ihr dann 50 ein. Das ist das, was ich machen werde. Und dann gebt ihr einfach ein, mit wie viel ihr traden möchtet und klickt auf Create. Ganz einfach, super einfach. Könnt ihr natürlich auch für Solana und dann auch für Ethereum machen. Und die Range, die wir für Ethereum haben, die wird zwischen 2000 und, lass mich mal schon schauen, dieses Swing-Low bei 2300 und das Hoch bei 3700. Für Solana haben wir einmal das Swing-Low bei 156 Dollar und der obere Bereich liegt bei, Moment, 240 Dollar. Das sind also die Bereiche, die ich momentan verwende. Die könnt ihr dann auch hier auf Tadbit benutzen, falls ihr gerade in den USA lebt. Falls ihr aus irgendeinem Land kommt oder gerade da lebt, wo ihr Pyronex nicht benutzen könnt, könnt ihr das halt da machen. Im Übrigen, ich habe ja vorhin gesagt, dass ihr nicht das manuelle Traden und die Grid-Bots gleichzeitig benutzen könnt. Aber ihr könnt halt einfach zwei Accounts machen. Einmal für manuelles Traden und dann einmal für die Trading-Strategien. Aber das manuelle Traden, wir werden hauptsächlich Tadbit verwenden. Ihr könnt allerdings natürlich auch irgendeine der anderen Exchanges benutzen. Meldet euch einfach bei eurer bevorzugten Exchange an. Vor allem diejenigen, die in den USA leben, Großbritannien und andere Länder, die halt eingeschränkt worden sind oder eingeschränkt werden. Tadbit lässt euer Land mit Sicherheit zu. Deshalb meldet euch an unten in der Videobeschreibung. Hier findet ihr den Link und könnt euch halt auch noch einmal richtig schöne Boni holen. Dann lasst uns mal weitermachen. Es gibt nämlich noch ein paar andere Sachen, die ich mit euch besprechen wollte. Das Übliche, wir sehen gerade den großen Dump. Das bedeutet, ja, beide diese Trading-Strategien starten eher schlechter. Solana geht nach unten, Ethereum geht nach unten. Man kann also sehen, dass die doch ziemlich signifikant im Verlust sind. Aber, ja, schlechter Start, aber wie immer, wir werdet sehen, ob wir Profite machen werden oder nicht. Okay, jetzt lasst uns noch einmal mehr Margin hinzufügen. Ihr klickt auf Details und hier an dieser Stelle geht ihr auf Adjust Margin. Hier könnt ihr dann mehr Margin hinzufügen, um den Liquidierungspreis nach unten zu setzen. Das ist das Erste, was ihr wissen müsst. Ihr solltet den Liquidierungspreis in eine komfortable Zone bringen. Ich muss auf jeden Fall mehr Margin hinzufügen, damit der Liquidierungspreis halt eben viel, viel niedriger sein wird. Das ist schon mal gut und wichtig. Außerdem, was wir auch in der Zukunft machen werden, wenn wir auf die 1 Million Dollar kommen werden, können wir die Größe verhindern. Das bedeutet, dass man mit mehr Geld tradet. Einfach auf Add Investment klicken und wie ich bereits gesagt habe, solange ihr Bullish auf ein Coin seid, solange ihr glaubt, dass wir irgendwann einmal in der Zukunft einen höheren Preis erreichen werden, werdet ihr immer einen Profit machen. Solange ihr nicht liquidiert werdet, natürlich. Ganz, ganz wichtig. Das sind die aller, aller wichtigsten Sachen, die man verstehen muss. Außerdem muss man verstehen, Altcoins sind mehr von der Teele als Bitcoin. Da kann halt viel mehr passieren. Sagen wir mal, die SEC sagt morgen, dass, ich weiß nicht, Altcoins verboten sind. Nehmen wir an, es wird irgendwas Verrücktes passieren. Dann könnte es sein, dass wir richtig krass nach unten gehen. Aber ich will noch einmal wirklich ganz, ganz wichtig erwähnen, ihr müsst den Liquidierungspreis in eine komfortable Zone bringen. Jetzt ist das Video schon mega lange. Ich wollte noch ein paar Fragen beantworten. Ich würde sagen, wir machen jetzt nochmal ganz schnelles Q&A. Okay, Moment, ich habe hier einiges vorbereitet. Einige der Fragen, die mir Leute gestellt haben in den früheren Videos. Wie sieht mein empfohlenes Verhältnis von Marge zu Leverage aus? Und wie ich bereits gesagt habe, stellt einfach sicher, dass euer Hebel, also es hängt natürlich von jedem Einzelnen ab. Das bedeutet, ihr klickt auf Adjust Margin. Stellt sicher, ihr könnt auch ausprobieren, wie das Ganze funktioniert. Vielleicht mal 50.000 Dollar, dann werdet ihr sehen, dass der Liquidierungspreis nach unten sinkt. Stellt einfach sicher, dass der Liquidierungspreis auf einem angenehmen Level liegt. Hast du vor, ein Bot für Altcoin zu erstellen? Genau das mache ich gerade. Was passiert, wenn der Bot die obere Grenze erreicht? Schließt er dann von selbst? Wenn ihr meine Bots verfolgt, wisst ihr, der wird nicht schließen. Es ist also wichtig, dass ihr weiterhin alle meinen Videos folgt, die täglichen Videos, damit ihr immer auf dem Laufenden bleibt, sobald ich eben eine Änderung vornehme. Ist es möglich, ein Spot-Bot anstatt Future-Spot zu machen? Ist möglich, aber das Problem ist, dass ihr, ja, dass das Ganze nicht unbedingt sehr aufregend sein wird oder die Profite nicht so groß sind. Weil die Spot-Bots, ich weiß, wir hatten viel Volatilität für Bitcoin, aber während Seitwärtsbewegung, da können die Bots vielleicht mal 0,3% pro Tag nach oben gehen oder 0,03%, 0,05%. Das ist einfach manchmal meiner Meinung nach zu wenig, deshalb mache ich einen Future-Spot. Aber hey, ihr könnt auch einen Spot-Bot selber machen, ganz einfach. Ist es risikobehaftet, die Price-Range zu ändern, anstatt den Bot zu schließen? Nee, gar nicht. Die Positionen werden einfach angepasst, ihr könnt die Price-Range hier ändern. Das werden wir auch machen, wenn wir müssen. Anstatt den Bot zu schließen, werden wir nämlich einfach die Trading-Range anpassen, weil sonst müssen wir nämlich Gebühren fürs Schließen und Öffnen bezahlen. Jetzt fragt noch jemand nach einer Strategie, die in den USA und in den UK verwendet werden kann. Habe ich euch vorhin gezeigt. Tapit, ganz einfach, funktioniert in den USA und auch in UK. Für die manuellen Trades könnt ihr das natürlich auch machen. Außerdem, lasst mich jetzt gerade mal einen manuellen Trade hinzufügen, jetzt wo Bitcoin nach unten geht. Was wird der erste manuelle Trade sein, den wir machen werden? Lasst mich euch das mal zeigen. Also, ich denke, dass wir 83.000 Dollar erreichen werden. Ich werde jetzt in einen Trade einsteigen und ich werde mehr bei 72.000 hinzufügen. Im Großen und Ganzen werde ich hier eine Order machen, eine Position und dann werde ich hier auf jeden Fall nochmal wesentlich mehr hinzufügen, sollten wir noch einmal nach 72.000 kommen. Das werde ich auf jeden Fall machen. Das Erste ist, ich werde jetzt hier auf Tapit den Trader öffnen. Ich gehe auf Perpetuals, dann möchte ich 10er Hebel benutzen und diese Position wird 2 Bitcoin groß sein. Wie gesagt, ich werde hinterher weitere Bitcoin hinzufügen, sollten wir noch einmal nach 72.000 runterkommen. Zack, und hier haben wir jetzt eine Position hinzugefügt, 2 Bitcoin und dann wird das Take-Profit-Target hier oben bei 83.000 Dollar sein. Ganz einfach, simpel, richtig schöner Trade. Jetzt lasst uns mal zurück zu den Fragen kommen. Wie verkauft man Bitcoin ohne Hebel? Das bedeutet, wie lange denkst du, kannst du Spot halten? Ich schätze, die Frage ist, wo werden wir das Top sehen? Ich würde schätzen, irgendwo zwischen 150.000 und 200.000 Dollar. Das wird der Zeitpunkt sein, wo wir darüber nachdenken können, einen Zyklus Top für Bitcoin zu sehen. Wirst du ein neues Projekt starten, wo du von 4.000 Dollar zu 1 Million Dollar gehst? Lass mich mal im Kommentarbereich wissen, wenn ihr das sehen möchtet. Aber Leute, das läuft einfach weiter. Ist doch egal, ob wir mit 4.000 Dollar starten oder nicht. Das ist immer noch die gleiche Strategie. Ihr könnt auch einfach jetzt einsteigen. Also wann immer ihr möchtet. Ihr könnt jetzt einsteigen. Ihr könnt gestern einsteigen, vor einem Monat, in drei Tagen. Es ist immer noch das Gleiche. Kann man die Bots in Spanien benutzen? Könnt ihr mir zeigen, wie das Ganze funktioniert? Ja, ganz einfach. Du kannst Pionex benutzen. Das funktioniert ganz einfach. Falls du Pionex nicht benutzen kannst, dann, wie gesagt, kann man Tabbit benutzen. Aber Pionex sollte funktionieren. Mit den alten DCA-Bots haben wir viel mehr verdient. Und da spricht er über diese Bots hier, die wir damals benutzt haben. Die Martin-Gales-Bots. Eventuell, ja, vielleicht werden wir nochmal welche machen. Aber die sind natürlich etwas risikobehafteter gewesen. Und insgesamt glaube ich nicht mal, dass man mehr verdient als mit diesen jetzigen. Ich würde einfach nur schätzen, die Marktbedingungen, die wir damals gehabt haben, ja, da haben wir halt mehr verdient, weil wir halt viel niedriger gewesen sind. Aber wenn man sich mal die Profite anschaut, zack, hier 250, 250, denke ich tatsächlich, gebt diesen Training-Strategien einfach genug Zeit. Wir sind 10 Tage drin und wir haben schon 50% Gewinn. Wartet einfach mehr ab. Und ich sage euch, wir werden mehr Gewinne machen. Das ist zumindest das, was ich mache. Folgen die Bots automatisch den Änderungen, die du mit den Bots machst? Nein, macht er nicht. Deshalb müsst ihr unbedingt die Videos schauen jeden Tag und gucken, dass ihr das Ganze halt entsprechend anpasst. Deshalb abonniert den Kanal. Aktiviert die Glocke, damit ihr das nicht verpasst. Kann ich mit 1.500 Dollar traden? Ja, ganz einfach, easy mit Pionex. Da hat man mega niedrige Limits, um eben auch, da kann jeder die Training-Strategien benutzen. Kann man den Bot auf Binance benutzen? Und das ist jetzt nicht für Binance spezifisch, aber ich bekomme viele dieser Fragen. Kann man den auf Bybit benutzen? Auf Binance? Auf was auch immer für einen Exchange? Ja, wahrscheinlich schon in manchen Fällen. Ganz ehrlich, ich werde die auf Pionex benutzen. Das ist und bleibt einfach vorerst die beste Plattform. Deshalb benutze ich die. Ja, Leute, ich würde sagen, das war eine ganze Menge Information. Ich wollte hier unbedingt alles abarbeiten. Und jetzt, wo ich die Training-Strategien geöffnet habe, sinken die Kurse tatsächlich nach unten. Das bedeutet, wenn ihr das Video schaut, werdet ihr mal sehen, wo wir gerade sind. Ich mache mir allerdings, wie ich gesagt habe, keine Sorgen, weil ich der Meinung bin und fest und fest überzeugt bin, dass wir irgendwann in diesem Zyklus höhere Preise sehen werden. Tatsächlich ist es genau das, was die Bots so profitabel macht, dass die auf dem Weg nach unten kaufen und oben wieder Profite nehmen. Geht also nach unten in die Videobeschreibung, meldet euch bei Pionex an und außerdem hier nochmal die ganz normalen, ganz normalen Trading-Plattformen. Da könnt ihr, wenn ihr manuell jetzt traden möchtet, euch die besten Trading-Boni holen. Wie gesagt, Tappit, das gibt es fast in jedem einzelnen Land. Könnt ihr benutzen, aber Pionex ist auch gut. Und alle Plattformen sind gut. Und im Großen und Ganzen war es das auch noch für das heutige Video. Ich werde euch natürlich wie immer auf dem Laufenden halten. Ich werde hier alles auf dem Laufenden halten, das Trading-Dokument. Und wir sehen uns dann im nächsten Video.